Achtung an alle Techniken! Möglicher Einwohner im Sicherheitssystem! Seien Sie wachsam! Wir brauchen unbedingt eine Tierhandlung! Ein paar der Schlittenhunde sind scheinbar krank! Und macht hier eine ziemliche Sauerei! Achtung an alle Techniken! Achtung! Ich bin ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Achtung, Fachpersonal! An der Druckschleuse sind Schüsse zu hören. An der Druckschleuse sind Schüsse zu hören. Halt! An der Druckschleuse sind Schüsse zu hören. Die Druckschleuse sind Schüsse zu hören. Seien Sie wachsam! An der Druckschleuse sind Schüsse zu hören. 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 Bleibt es hier so viel, der Kontrollschluss ist. Legt ihn oben! Geht ihn oben! Geht ihn oben! Meist auch. Beide ich es! Ruh! Achtung an alle Techniken! Mögliche Einwohner! Achtung an alle Techniken! Achtung an alle Techniken! Ungewöhn! Ungewöhn! An Bege�, schlitzel. Der kommt die Sieg. Dramatieren. 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 Das ist der Abend. Ja! Ich kann das nicht. Ich bin ein flüchtig. Schade! Spanier! Ich bin ein Flüchtling. Arsch! Ich bin ein Flüchtling. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Achtung, Wachpersonal! An der Druckschleuse sind Schlüsse zu hören! Achtung, Wachpersonal! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Linke hat schon etwas vor. Achtung an alle Techniker! Möglicher Eingrufe in Sicherheit zu kriegen! Wir brauchen ein Tierarzt am Südeingang! Ein Fahrer der Schleppenhunde sind scheinbar kranker! Wir brauchen ein Tierarzt am Südeingang! Ein Fahrer der Schleppenhunde sind scheinbar kranker! Ich muss noch was, wie ich es aus dem Weg kann. Dann kann ich die Fahrer der Schleppenhunde nicht mehr lernen. im Lieblings-Bartum ist der Schleppenhunde auf einem Baumschlag! Ja, nein, nicht gleich! Das ist die neue Pferde zu spüren! Das Stamm Properties an, dass du mit einem Schleppenhunde in der Schule geschlossen hast. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Sie sind ein Fahrer der Schleppenhunde. Das war's für heute. Lichidum! Lickidum! An den Rückschleusers in Schüsse zu hören... ...und untersuchen... ...und untersuchen...